Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brickstory. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute zeige ich euch jedes Marvel Cinematic Universe Set von Lego, welches jemals herausgekommen ist. Ich verbinde wirklich sehr sehr viel mit diesen Filmen und deshalb werde ich mit euch jetzt jedes Set, welches zu diesen Kinofilmen herausgekommen ist, einmal komplett durchgehen. Seit 2012 gibt es diese Reihe schon. Das ist jetzt hier der erste Teil mit der Phase 1 und mit der Phase 2. Da gibt es ja verschiedene Phasen, in denen jeweils dann weitere Filme erschienen sind. Und vorher sei auch noch gesagt, es geht jetzt natürlich nur um die Sets, die auf den Kinofilmen basieren von Marvel. Spezieller gesagt im MCU. Das bedeutet, alle anderen, die jetzt zum Beispiel auf den Comics basieren oder auf den X-Men, werden natürlich nicht mit in diesem Video enthalten sein. Da können wir aber gerne nochmal einen weiteren Teil zu machen, wenn euch das interessiert. Die ersten Lego Sets sind zwar erst im Jahr 2012 erschienen, im Jahr 2008 gab es aber schon die ersten beiden Filme und zwar Iron Man Teil 1 und den unglaublichen Hulk. Zum letzten gab es keinen Set. Zum Iron Man 1 Film gab es jetzt dieses Jahr das erste Set. Das ist dieser Iron Monga, den ihr hier sehen könnt. Ein etwas zu groß geratener Mech. Dennoch ein paar sehr nette Elemente sind hier mit dabei. Zum Beispiel haben wir diesen leuchtenden Arc Reaktor hier vorne bei dem Iron Monga verbaut. Wir haben eine neue Iron Man Figur hier bekommen. Auch die erste Version von Obadiah Stain, der hier mit enthalten ist. Und noch eine relativ solide Figur von Pepper Potts. Diese Reihe ist jetzt diese Infinity Saga Reihe. Das heißt, es gibt quasi nochmal ein paar Remakes aus den früheren Filmen. Könnte also sein, dass es demnächst auch noch ein Set zum zum Beispiel dem zweiten Iron Man Teil gibt oder auch dem Thor Film, die jeweils dann 2010 und 2011 noch gefolgt sind. Gleichzeitig gab es aber dann auch den ersten Captain America Film. Der erste Film, wo Lego dann Sets herausgebracht hat, war der The Avengers Film im Jahr 2012. Ein riesiges Crossover. Ja, das war damals schon was richtig Besonderes. Heute wurde es natürlich nochmal komplett in den Schatten gestellt von Endgame und Infinity War. Aber gut, mal schauen, wo das noch hingeht. Das erste Set, welches damals herausgekommen ist, ist die 6865 gewesen. Captain America's Avenging Cycle. Wie der Name schon sagt, hier ist quasi ein Motorrad mit dabei und da sitzt dann Captain America oben drauf. Auf Besonderheit an dieser Captain America Figur. Es gab Captain America nur in diesem einzigen Set zum damaligen Zeitpunkt in diesen MCU Sets. Das heißt, wenn man die kompletten Avengers haben wollte, musste man dieses Set kaufen. Plus dazu nochmal zwei Chitauri. Einer davon ist ein ganz normaler Soldat. Der andere ist so ein Offizier quasi, der hat eine andere Bedruckung, ist auch exklusiv in diesem Set. Das Ding war damals relativ selten, weil Cap halt nicht so oft verfügbar gewesen ist. Heutzutage bekommt er aber schon ein bisschen günstiger an 15 Euro Liste, hat das damals gekostet. Teurer wiederum ist dann hier Loki's Cosmic Cube Escape gewesen. Das ist für eine UVP von 27 Euro erschienen. Cool an diesem Set ist einerseits hier die Iron Man Minifigur. Ihr seht, das ist die Figur mit dem Dreieck auf der Brust. Und gleichzeitig gab es dann auch noch hier einmal Hawkeye und auch noch Loki. Die drei Figuren in diesem Set, die sind tatsächlich noch in weiteren Sets erschienen. Deshalb brauchte man, beziehungsweise die Charaktere sind in weiteren Sets erschienen. Deshalb brauchte man das Set nicht unbedingt meiner Meinung nach. Aber gut, hier ist noch so ein Shield Truck mit dabei. Ein solider Truck für die Marvel-Reihe. Ihr werdet gleich sehen, dass da noch ein paar seltsamere Trucks folgen. Dann kommen wir noch zur 6868 Hulks Helicarrier Breakout. Ja gut, ob man das jetzt als Helicarrier bezeichnen würde oder nicht, weiß ich nicht. Es ist jedenfalls das Interieur eines Helicarriers. So ein paar nette Details könnt ihr hier noch entdecken. Wir haben hier einmal eine Hulk-Minifigur mit dabei. Ihr seht, das ist dieses etwas knalligere Grün. Das wird später noch ein wenig dunkler. Wir haben hier einen Shield Jet mit dabei. Der könnte so heutzutage auch in einem 4 Plus Set enthalten sein. Drinnen sitzt dann einmal Hawkeye. Und hier ist nochmal eine weitere Loki-Minifigur mit dabei, die hier hinten noch in diesem Glasgehäuse drin sitzt. Ich schätze mal, dass es das Glasgehäuse sein soll, wo er ja auch im Film drin gefangen ist. Wäre cool gewesen, wenn man da auch noch den Hulk hätte reinsperren können. Ganz cool ist aber hier oben noch dieses Detail auf dem Display. Ihr kennt ja die Szene, wo Tony Stark den einen Typen erwischt, wie er Videospiele spielt. Ja, genau dieses Videospiel ist hier dann auch auf dem Lego-Display abgebildet. Mit dabei ist dann auch nochmal so eine Untersuchungskammer für das Zepter von Loki. Und Thor ist auch noch mit am Start. Thor ist aber auch noch in dem größten Set aus der damaligen Welle erschienen. Und zwar der 6869, dem Quinjet Aerial Battle. Eine der schönsten Quinjets, wenn nicht sogar der schönste, weil ich diese Shield-Era eigentlich ganz gerne mag. Der damals erschienen ist, war wirklich ein solides Modell. Wir hatten hier dann eine neue Version von Iron Man mit dabei. Das ist die mit dem runden Kreis auf der Brust. Das war ja vorderlich das Dreieck. Dann ist hier nochmal einmal Loki mit enthalten. Und nochmal der Chitauri, den wir vorhin schon in dem Battlepack gehabt haben auf diesem Carrier. Thor ist hier wieder mit enthalten. Den haben wir ja gerade eben schon gehabt. Und dazu dann tatsächlich hier auch noch Black Widow. Die war tatsächlich eine Zeit lang relativ selten, als es sie nur in diesem Set gegeben hat. Und halt ein sehr schöner Bild für diesen Quinjet. Den habe ich tatsächlich auch mir mal gekauft. Wir werden gleich noch andere Quinjets sehen. Dann werdet ihr nochmal genauer sehen, wo da die Unterschiede liegen. Es gab tatsächlich dann auch nochmal einen kleineren Quinjet in einem einzelnen Polybag. Der aus 33 Teilen bestand der. Aber jetzt kommt ein Knaller. Damals gab es noch einzelne Polybag-Erweiterungssets quasi. Einmal haben wir hier Thor and the Cosmic Cube in so einem Polybag drin, wo er dann halt so einen Stein zerschlägt. Wir haben Hawkeye with Equipment mit seinem Bogen am Start. Wir haben den Hulk und wir haben auch nochmal Iron Man, wie er gegen eine Fighting-Drone kämpft. Alle drei Figuren gab es tatsächlich auch schon mal mit Ausnahme von dem Hulk. Der ist exklusiv nur in diesem Polybag erhältlich gewesen. Theoretisch könnte man zum ersten Avengers-Film auch noch dieses 4+, beziehungsweise Juniors-Set dazu zählen. Da ist eine exklusive Iron Man-Minifigur mit dabei, genauso wie eine exklusive Loki-Minifigur. Damals für 10 Euro erschienen mit einem Iron Man-Auto. Das kommt nicht so im Film vor. Deshalb ist es so ein bisschen unklar, ob man das jetzt dazu zählen möchte. Es steht auch vorne nicht Avengers drauf. Ich wollte es hier nur nochmal erwähnt haben. Damit endet tatsächlich auch schon die Phase 1 des MCUs. Und wir begeben uns in Phase 2, angeführt durch Iron Man Teil 3. Der aktuellste Iron Man-Film, den es aktuell so gibt. Mit dabei erstmal ein kleines Set Extremis Seaport Battle. Ich schätze mal, dass es auf irgendwelchen Konzeptzeichnungen basiert hat, als die Designer das entworfen haben. Denn diese Bootsjagd, die gab es eigentlich nie so wirklich. Trotzdem war es ein ziemlich, ziemlich cooles Set. Natürlich für 27 Euro ist das echt teuer gewesen damals. Da musste man schon mal zweimal schlucken. Aber die Figuren hier drin waren schmackhaft. Gerade für die damalige Zeit, als es noch nicht so häufig Iron Man gegeben hat. Hier sehr schön die Details mit dem ganzen Gold hier zu sehen. Die aufklappbaren Helme damals. Dann hatten wir hier noch einmal Aldrich Killian am Start. Der hatte tatsächlich so einen Glow-in-the-Dark-Kopf. Das heißt, ihr konntet den umdrehen. Dann hat er auch sein böses Gesicht da quasi gezeigt. Und natürlich auch noch einmal War Machine. Hier jetzt in Grau. Die Figur ist auch exklusiv in diesem Set. Das Boot, da könnt ihr doch so Raketen abfeuern. Und es sieht halt auch nicht schlecht aus. Aber der Knaller war es jetzt für die 27 Euro auch nicht. Habe ich vor allem für die Minifiguren gekauft. Und dann hatten wir auch noch die Malibu Mansion Attack. Das Set, da würde ich mir irgendwann wünschen, dass Lego noch so eine größere Variante der Malibu Mansion herausbringt. Ich denke, das würde auch richtig laufen. So ein modernes Haus abseits von der Superhelden-Reihe. Aber gut, hier ist ein Helikopter mit enthalten gewesen. Fünf Minifiguren für damals 40 Euro. Hier nochmal der Mark 42. Pepper Potts zum ersten Mal am Start gewesen. Tony Stark mit seinem Reaktor und diesem Art Tanktop-Unterhemd, was er da angehabt hat. Ein extremes Soldat, wieder mit auch noch einem Gesicht, was im Dunkeln leuchten konnte. Und der Mandarin, der natürlich auch nichts in dieser Szene zu suchen hat. Der Helikopter hätte man sich meiner Meinung nach auch sparen können. Ihr seht, wie viele Noppen da hinten noch drauf sind. Das ist echt kein Meisterwerk. Cool ist dann aber Dummy hier mit dem Koffer gewesen. Und halt auch noch mal ein bisschen Interieur in der Malibu Mansion. Und auch noch einer kleinen, angedeuteten Hall of Amour. Ganz unpassend ist dann hier Iron Man vs. the Mandarin gewesen. Was hat der Mandarin hier für ein Auto? Ich lasse es einfach mal und kommentiert. 15 Euro hat das Set gekostet. Ganz klar, das wurde damals gekauft für die Iron Man Minifigur. Billigste Möglichkeit zu dem Zeitpunkt. Das hier war jetzt auch noch eine exklusive Iron Man Minifigur. Der Heartbreaker Iron Man. Ihr seht es hier an seinem Tor, so wie das da aussieht. Und der Mandarin ist auch exklusiv, weil er hier den Umhang nicht hat, den er im letzten Set bekommen hat. In der Phase 2 des MCUs gab es dann noch zwei weitere Filme. Einmal Thor The Dark Kingdom und The Return of the First Avenger. Der zweite Captain America Film. Beim letzteren hätte ich wirklich sehr, sehr gerne nochmal ein paar Sets gehabt. Beim Thor Film ehrlich gesagt, ich mag den Film nicht wirklich. Bin ich gar nicht so sauer, dass es dazu keine Sets gibt. Aber jetzt kommen wir zu Guardians of the Galaxy. Und Mann, oh Mann ey. Ich wurde damals echt in den Kinosessel gedrückt von diesem Film. Der hat einen Eindruck bei mir hinterlassen, wie fast kein anderer. Seitdem ich den Trailer gesehen habe, musste ich den Film einfach sehen. Und er war es auf jeden Fall wert. Und Lego hat sich das natürlich auch gedacht und hat dazu Sets herausgebracht, die damals so schnell ausverkauft gewesen sind. Kein Scherz, die waren so teuer auf Ebay. Selbst gebraucht hat man die nicht zur normalen UVP bekommen. Teilweise doppelt so viel wollten die Leute dafür haben. Wir haben ja erstens den 76019 Star Blaster Showdown. Einmal natürlich hier vom Nova Corps. Diesen Star Blaster, dieses Spaceship quasi mit dabei, wo man dann am Ende diese große Szene sieht. Exklusive Minifigur hier im Cockpit. Genauso wie dann dieses Sarkarian Chip. Nettes Set, dass man die gegeneinander antreten lassen kann, um halt diese Schlacht am Ende nachzuspielen. Plus dann auch nochmal hier Star-Lord in seinem Revenger Outfit mit dabei und dem Orb in der Hand. Star-Lord war damals so eine coole Minifigur. Ich weiß es noch ganz genau. Neues Helmteil hat er damals auch spendiert bekommen. Günstig ist das Set aber auch nicht gewesen mit einer UVP von 25 Euro. Dann gab es noch die Nowhere Escape Mission. Das war auch wieder relativ teuer, das Set für 50 Euro. Aber es hatte halt eine riesige Crude-Figur dabei. Es war jetzt nicht so eine Big Fig, wie halt Hulk gewesen ist, sondern halt eine Brick-Build-Figur mit einem großen Mold für seinen Kopf und seinen Torso. Exklusiv ist hier dann auch noch Rocket Raccoon gewesen, wie er dann hier in seinem Pod drin sitzt und den Orb stiehlt. Und dann gab es halt auch nochmal Nebula in diesem Set und noch einen weiteren Sarkarian, der dann hier diese große Rakete abgefeuert hat. Dieses Set hatte mein Nachbar damals auch. Das konnte man dann auch noch hier unten so auf diesem Knopf sprengen. Knaller, dann immer noch die Milano. Die ist für 80 Euro damals erschienen und hatte dann nochmal coolere Minifiguren mit dabei. Einmal Ronan, wie er hier auf diesem Schiff draufsteht. Ja, das ist im Film auch nicht so, ich weiß. Plus dann nochmal einen Soldaten, der das abfeuert. Dieses Schiff ist nochmal ein bisschen größer als das damals aus dem 30 Euro Set. Star-Lord ist jetzt hier mit einem anderen Outfit am Start gewesen, mit seinem Guardians-Outfit. Plus innen drin im Schiff auch noch einmal Drax sowie Gamora. Damit hatte man dann quasi, wenn man alle Sets gekauft hat, beziehungsweise die beiden größten Sets gekauft hat, die komplette Guardians-Crew zusammen. Und die Milano, die hier ist, die war natürlich jetzt nicht so gut wie die UCS oder große Variante heutzutage, war aber für damalige Verhältnisse schon ziemlich cool zum Spielen. Und ich mag den Farbton von dieser hier, dieses Gelb-Orange-Blaue, mag ich einfach noch viel lieber, als die Benatar, die es ja heutzutage gibt. Exklusiv in den USA, und da bin ich sowas von neidisch drauf gewesen, war dann hier dieser Rocket Raccoon-Polyback. Ihr seht, der wurde damals noch bei Toys R Us verkauft. Da war eine exklusive Rocket Raccoon-Figur drin. Ich weiß noch, dass ich diesen Polyback dann irgendwann mal für Unsummen auf Ebay gekauft habe. Aber gut, das war es wert. Er hatte dann hier diesen Sedling-Grood mit am Start in diesem kleinen Pott und dann nochmal seine riesige Kanone. Ach Mann, was für ein tolles Ding. Und auf der San Diego Comic Con gab es dann auch noch ein spezielles Set, diesen Warbird von Rocket Raccoon. Glücklicherweise für uns ist dieser Rocket Raccoon, der da drin ist, auch in dem Polyback erhältlich gewesen. Deshalb ist er jetzt gar nicht so selten. Aber dieses Set, wenn ihr es original verpackt habt, ihr seht, ist ja auch limitiert gewesen, ist halt dann doch relativ teuer. Über 200 Euro müsst ihr dafür hinlegen. Den dreifachen Wert circa von diesem Set müsst ihr dann aber für diese Collector-Figur hinlegen. Und die Figur steht auch ganz oben auf meiner Wanted-List. Irgendwann werde ich es mir mal gönnen und diese Figur kaufen. Auch eine San Diego Comic Con Figur gewesen. Über 600 Euro ist das Ding aktuell neu im Neuzustand wert. Und die Collector-Minifigur, ihr seht schon, die ist natürlich exklusiv nur in diesem Blister damals enthalten gewesen und oft wurde nur auf der Comic Con herausgegeben. Im Jahr 2015 haben wir dann auch endlich den nächsten Avengers-Film spendiert bekommen. Dieses Mal Age of Ultron. Entgegen vieler Filmkritiker und Meinungen ist das sogar einer meiner Lieblings-MCU-Filme. Aber gut, das ist persönlicher Geschmack. Natürlich gab es dazu auch Sets. Dieses Mal hat es Lego richtig knallen lassen, auch noch mit einem großen exklusiven Set. Da kommen wir später zu. Jetzt erstmal mit einem fantastischen 15 Euro Set. Und zwar Iron Man vs. Ultron. Was ist an diesem Set so cool gewesen? Naja, man hat halt hier drei Ultron-Drohnen bekommen in diesem einzelnen Set und konnte so die Szenen aus dem Film super cool nachspielen. Einfach ein sehr, sehr cooles Battle Pack. Plus dazu gab es dann hier auch noch eine exklusive Iron Man-Minifigur, wie ihr sehen könnt, mit dem Print gibt es jetzt tatsächlich nur in diesem Set. Das Schlimme an diesem Set war aber dann dieser kleine Superjumper, den ihr dort sehen könnt. Der wurde damals eingeführt in 2015. Er konnte eure Minifiguren draufstellen und die dann so quasi ein bisschen springen lassen. Problem daran ist gewesen, dass es einfach eine komplette Fehlkonstruktion war und dass, wenn ihr da eure Minifiguren draufgesetzt habt, die Minifiguren total kaputt gegangen sind. Aber gut, mit diesem Set war ich sehr, sehr zufrieden. Ganz cool war dann auch noch die 76030, der Hydra Showdown. Das Ding ist für 20 Euro erschienen. Habe ich damals bei meiner Oma im Real gekauft, weiß ich noch genau. Da ist einmal Thor mit dabei gewesen. Jetzt hier eine neue Variante, so ein bisschen dunkler als jetzt vom letzten Avengers-Film. Hat mir ganz gut gefallen und auch eine neue Variante von Hawkeye. Plus dazu auch noch ein Hydra Henchman. Dieser Avengers-Pickup, der hier, oder SUV, der ist richtig, richtig cool gewesen. Der hatte zwar oben diese riesige Kanone auf dem Dach, die konnte ich aber auch ganz einfach mit Tiles zubauen. Dann war es quasi ein normaler Avengers-SUV und der sah auch gar nicht so katastrophal aus. Plus dazu dann nochmal dieser Buggy von den Hydra-Typen. Der war auch ganz nett mit dieser Funktion, dass man halt den Tor da drauf werfen kann, dass er die Kanone oben abbaut. Für 20 Euro eigentlich ein stabiles Set meiner Meinung nach. Dann haben wir, ach, perfektes Set damals gewesen. 35 Euro, ich weiß, 248 Teile mit dabei. Das ist nicht unbedingt gut. Aber für das, was man an Spielwert in diesem Set bekommen hat, Junge, Junge, Junge. Das war damals ein wirklich beliebtes Set. Habe ich damals auch direkt am ersten Tag gekauft, obwohl ich das normalerweise nicht so oft mache. Haben wir erstmal den Hulkbuster mit dabei, der ja in den kommenden Jahren noch einige Remakes bekommen wird. Da könnte Tony Stark dann halt auch nochmal reinsetzen. Beziehungsweise die Iron-Man-Figur hat an der Seite zwei so Shooter. Und mit dem Ding konnte man auch super spielen. Das war wirklich, wirklich stabil. Highlight dann aber natürlich auch noch hier die Hulk-Figur. Ihr seht jetzt in diesem Age of Ultron-Design, also ein bisschen in dem Olivgrün quasi. Plus dazu auch nochmal Scarlet Witch zum allerersten Mal. Sie wurde ja mit diesem Film ins MCU eingeführt. Und auch nochmal eine Vorversion von Ultron, der hier mit dabei gewesen ist und bekämpft werden konnte. Muss ich sagen, ist mein Lieblings-Hulkbuster-Set, welches es bis jetzt gibt. Dann kommen wir jetzt zum Quinjet-Remake. Das ist ein solider Quinjet, den ihr hier sehen könnt. Er kann aber meiner Meinung nach nicht ganz mithalten mit dem letzten Quinjet in der Shield-Variante, die es ja gegeben hat. Das ist jetzt hier der Avengers-Quinjet. Das gibt ja Shield zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Wir haben Captain America am Start. Wir haben Black Widow in einer neuen Variante mit dabei. Mit diesen blauen Akzenten überall und auch mit diesen neuen Haaren, die persönlich sind nicht ganz so mein Stil. Ich mag dieses Haarteil generell nicht unbedingt, weil diese Haare ja nicht nach außen so stehen, wie das bei ihr ist. Ihr konntet hier das Motorrad in den Quinjet auch noch unten rein machen. Dann ist es halt einmal rausgefallen. Ihr konntet an der Seite noch solche Seile ausfahren und all das. Und hinten drin hat es auch noch so ein bisschen Lagerplatz. Dann haben wir hier noch einmal Ironman mit dabei, sowie Vision. Vision war damals natürlich der Hauptgrund, um dieses Set zu kaufen, weil man ihn einerseits hier in diesen Pot reintun konnte und er damals auch der große neue Charakter in diesem Film gewesen ist. So wie die ultimative Ultron-Variante hier dann mit diesem Helmteil noch oben drauf. Viel interessanter für mich ist aber dann damals die 76038 gewesen, Attack on Avengers Tower. Das Ding ist für eine UVP von 70 Euro erschienen und war halt ein Avengers Tower. Wie cool war das denn, sich so in die Stadt zu stellen? Man muss fairerweise sagen, der neuere Avengers Tower, den es ja noch gegeben hat, sieht wesentlich besser aus als dieser hier, weil der noch einen Stockwerk mehr hat. Aber gut, hier waren zwei Iron Legion Drone mit dabei, sowie dann auch noch mal Ultron, wie er sich dann halt quasi selber zusammenbaut. Das war auch eine ganz coole Figur hier mit dem transparenten Kopf. Plus dazu noch einmal Thor und Ironman. Die beiden Figuren gab es so auch schon in anderen Sets. Im Inneren hatten wir dann unten so ein kleines Labor. Dann kam da drüber nochmal diese Station, wo Ultron sich selber zusammenbaut und oben dann noch so ein bisschen den Essensbereich bzw. Launchbereich, wo die dann ihre Party auch noch schmeißen. So ein paar nette Extras sind auch noch enthalten gewesen. Ein Set, welches für mich persönlich immer so ein bisschen zu teuer gewesen ist, ist dann dieses Hydra Fortress Smash Set. Da war so ein Panzer mit dabei. Da war Hulk nochmal mit am Start, den man ja auch schon im 35 Euro Set bekommen hat. Plus Baron Strucker und nochmal Captain America. Captain America gab es auch in anderen Sets. So Highlight, aber dann hier natürlich die Quicksilver Minifigur bis jetzt noch in keinem anderen Set mehr erschienen. Ihr könnt hier mit Hulk quasi das Tor vorne aufsprengen von der Basis. Habt dann hinten nochmal so ein bisschen Interieur drin. Und diese Kalone, die da oben auf dem Dach steht, könnt ihr auch noch runterholen. Und ihr könnt auch diesen Panzer nochmal aufsprengen. Für 60 Euro sieht das nach nicht viel aus, um ehrlich zu sein. Eins meiner absoluten Lieblings-Marvel-Sets ist dann aber auch noch der Shield Helicarrier gewesen. Die 76042. Dieses Ding ist damals für 350 Euro erschienen. Hier sind Nano-Figuren mit am Start gewesen. Wir hatten nochmal 5 weitere Figuren. Unter anderem Maria Hill, die zum allerersten Mal eingeführt wurde. Und Nick Fury in seiner ersten MCU-Variante. Und halt der große Helicarrier mit all seinen Funktionen. Da habe ich schon ein detailliertes Review zu gemacht. Deshalb will ich euch da jetzt auch gar nicht weiter mit aufhalten. Schaut euch einfach das an, falls euch die Pros und Contras daran interessieren. Zu Age of Ultron gab es auch noch einen Polybag. Und zwar den Hulk. Der war dann wieder bei Toys R Us exklusiv. Und hatte auch so einen Stickerbogen mit dabei. Und diese Hulk-Minifigur als Minifigur halt. Die gab es tatsächlich auch nur in diesem Set. Auf der San Diego Comic Con in 2015 gab es wieder ein exklusives Set. Und zwar den Throne of Ultron. Glücklicherweise hier wieder ohne eine exklusive Minifigur. Wir hatten hier drei Ultron-Drohnen mit dabei. Und nochmal einmal Ultron, wie er auf seinem Thron sitzt. Ein ganz nettes Set. Da es aber keine exklusive Minifigur hat, ist es jetzt auch nicht unbedingt so begehrenswert für mich als Sammler. Und zu Age of Ultron gab es in der diesjährigen Infinity-Saga-Set-Welle noch ein Set. Und zwar Captain America and the Hydra Face-Off. Da hatte Captain America sein Motorrad mit dabei. Die beiden Figuren, die hinteren sind, sind auch exklusiv. Der Hydra-Henchman hier jetzt noch ein bisschen geupdatet. Updated Captain America ebenso. Plus dann so eine kleine Station, wo man halt Disks rausschießen kann für 10 Euro. Ja, es ist schon sehr, sehr teuer. Aber es ist halt wieder ein 4-Plus-Set. Und der finale Film für die Phase 2 des Marvel Cinematic Universe ist dann Ant-Man gewesen. Und da gab es auch noch ein fantastisches Set zu. Damals wirklich, wirklich sehr begehrenswert. Natürlich erstmal hier die einzige Ant-Man-Minifigur in diesem Set. Wir haben Hank Pym nochmal mit am Start gehabt. So wie auch nochmal den Yellow Jacket. Wenn ihr den Film gesehen habt, sind das wirklich alles Figuren, die man gerne haben möchte für mich. Und dieses Konzept mit seiner Ameise, die dann hier noch am Start ist. Mit den Flügeln. Wie auch noch diesen beiden Steinen, die dann hier quasi in groß nachgebaut sind, um die Minifiguren klein aussehen zu lassen. Ebenfalls sehr, sehr cool. Für 25 Euro jetzt nicht unbedingt günstig gewesen. War auch nicht bei so vielen Händlern erhältlich. War aber aufgrund der Ant-Man-Minifigur damals auch sehr, sehr begehrenswert. Wurde teilweise für über 50 Euro auf Ebay verkauft. Damit war es das jetzt für die Phase 1 und 2 des Marvel Cinematic Universe. Mir hat es viel Spaß gemacht. Der nächste Teil wird ganz, ganz bald folgen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Bis dahin könnt ihr euch hier noch Marvel Reviews ansehen. Oder halt den zweiten Teil, wenn er online ist. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis dahin. Ciao, ciao.